Ja, mein lieben Freund der Gitarre, One, Two, Ah, klar, klar. Ja, mein Schätzchen ist fertig geworden, na, Matze, noch nicht. Schaut sie euch an. Das ist ein Bausatz von Matthias List. Ich habe da ein Original Nashville Manolida gebaut, wie man sieht. Dazu muss ich halt den Body leider ausschneiden, bei der normalen Doppelheiz ist der ja immer so rund. War ein bisschen Arbeit und der Hals war auch nicht ganz so doll, den musste ich dann auch noch nicht richten. Aber, Freunde, das ist jetzt für das Klangerlebnis von dem Teil, also ich bin schwer erschüttert, irgendwie vom Gewicht in den Punkt. Obwohl, die liegt sehr gut hier auf dem Schoß, und das geht also schon. Was jetzt wirklich sehr erstaunlich ist, weil es hier vorher nicht geht. Also, man hat immer Angst, wenn man was baut, dass man irgendwelche Fehler macht und so. Und ich baue immer sehr, sehr behutsam und ziemlich langsam, denke über jeden Schritt, also ganz lange nach. Und klar, ein paar Macken sind drin, leider durch die Tummelei, aber sieht man nicht. Was so schön ist, also so ein Instrument habe ich eigentlich noch nie gesehen. Unten eine voll die fette geile Strahlt und oben so ein Nashville-Mandolinchen. Okay, ein Klangbeispiel. Bei mir immer ganz easy. Ich spiele einfach. Und zwar habe ich jetzt wieder die Stimmung, die ich schon beim Mandolin-Wingstus hatte. D-Du-Akkord, ja. Bei der Mandoline, ja. Und auf der Gitarre habe ich auch einen D-Du-Akkord eingestellt. D-Du-Akkord, ja. Da gab es D-A-D-Fiss-A-D-U-Akkord. D-Du-Akkord, ja. Wenn ich manchmal mit dem dritten Finger nicht so gut spielen kann, liegt es daran, da ist ein Schnitt drin. Vor allem die Gruppe. Deswegen ziehe ich jetzt mit dem kleinen Finger die Töne, wenn sie erfolgreich sind. D-Du-Akkord, ja. D-Du-Akkord, ja. D-Du-Akkord, ja. D-Du-Akkord, ja. D-Du-Akkord, ja. D-Du-Akkord, ja. Nur ein kleines Beispiel, weil ich muss mir das immer bis zu dran gewöhnen, um das Zeug zu finden. Aber das ist ja nicht wunderbar spielen. Die Mandoline hat den Hals ein bisschen nach hinten, so dass man irgendwie auch auf die Gitarre schauen kann, so wie ihr seht. Sonst ist das unmöglich irgendwie, ja. Mal schauen, ob ich das im Stehen spielen kann. Julius, komm doch mal kurz her, ja. Das kriegst du bei das Ding umgehängt. Ja, jetzt bist du mal dran. Ach du. Komm mal her. Boah. Ich möchte das Ding mal umhängen. Oh, mein Gott. Warte mal kurz. Oh, mein Gott ist auch das Ding. Julius hat sich auch sofort in die Gitarre verliebt, ne. Julius, wann meinst du, wie schwer die ist, irgendwie. Hm? 14 Kilo. 14 Kilo. Da könntest du fast mit dir hinkommen, ja. Hm, genau. Fast so viel wie du, ne. Guck mal, du bist sogar so stark, dich zu tragen. Dann mach ich jetzt mal einen Ton. Also selbst Kinder können mit diesen Instrumenten umgehen, ja. Also keine Angst vor solchen Geräten, ja. So. Obwohl, Julius, wo die sich... Sieht schon ganz schlapp aus, ne. Könnt das sein? Du uns mal. Und dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss. Was sollst du jetzt sagen? Genau. Jo. Ja, noch ein paar Worte so an die Leute, die sowas über nachbauen wollen. Freunde, ein bisschen Erfahrung. So in Holzbearbeitung und technischen Details sollen da schon vorhanden sein, ja. Es gibt durchaus einfache Modelle, die, äh, man zusammenschraubt, die dann gleich klappen, ja. Und, äh, na gut, äh, was hab ich wieder hier gemacht? Ich hab hier zum Beispiel eine originalen Markknopfler-Schaltung drin, ne. Das ist nicht viel anders als hier normale, äh, Fender-Strat-Schaltung, ja. Und wie gesagt, hier oben die Nestfilm-Manoline angebaut. Äh, die Seitenhalterung war vorher auf der Decke gedacht, ja, mit zwei Schräubelchen. Und das, äh, hätte wahrscheinlich nicht lange gehalten, ne, ja. Also hab ich mir ja so eine Original, ähm, Halterung für, äh, die Mandoline-Besorger, also ganz günstig, so, ne. Und die macht man eben in die Zarge, ja, man jetzt kann, da reißt jetzt nichts mehr ab, ja, vielleicht, ja. Ja, die Einstellarbeiten haben ungefähr zwei Stunden gedauert. Das ist so lange hab ich nie gebraucht. Also, äh, Hals einstellen und so. Und da kommt hier so, war es ziemlich knapp bemessen. Aber stimmt alles, naja. Ja, man tut ja ein wunderbar weiches Ausschwingenverhalten, also durch dieses verlängerte Teil da hinten und so, ja. Äh, trocken gespielt, klingt die Gitarre, äh, die Total System, ja. Ja, liegt wahrscheinlich wieder an meiner schönen Lackbehandlung. Ja, das ist wirklich wunderbar geworden, ja, also, hier, schau dich das an, ja. Ich hab gesagt, ein paar kleine Mackchen irgendwo da unten, sind mir beim Segen passiert, das sind mir rausgebrochen, von hier und so, ja. Ah, hier, da kann man sich drin verlieben, ja. Na gut, äh, ich bin halt viel Schiss, deswegen darf ich sowas sagen. Oh, schaut euch das mal an, ne. Das ist diesmal Läuse, Scheiße, vom aller, äh, Scheiße, vom allerbesten. Aber manchmal gebe ich, äh, manchmal immer das sechseitig, nein. Ich habe hier 14 Seiten an Bord, ja. Also, wie gesagt, im Moment ist so meine Lieblingsstimmung D-Dur, ne. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Ja, wie gesagt, äh, hier, Gitarre auf, äh, tiefes D, A, bleibt, D, bleibt, ne. Ich mach' nicht fest. Ja, das ist wie ein bisschen. Ja, auf den vierten Bunden in der D-Seite. Auf der D-Seite. Ja, vielleicht etwas bessere Mechanik, die gekündigt ihr können, aber, äh, geht eigentlich. Also, das Ding ist echt ein Unikum, äh, 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 ich wollte sagen, wenn ich verkaufe das doch nicht, würde ich nicht verkaufen, ne. Aber ich, äh, baue solche Sachen. Wenn einer, ähm, sowas gerne hätte, ne, oder möchte, hm, ne, Bescheid sagen, ja gut, äh, boah, die Arbeit, äh, kann man wahrscheinlich nicht bezahlen, die ich da hingesteckt hab. Ja, nur, wenn man einmal was gemacht hat, dann weiß man hinterher irgendwie, was man machen muss, ja. Und ich hab' alle Maße da und, ähm, auch die elektronischen Schaltbilder und so weiter. Das heißt also, ich brauch' da nicht mehr so lange wie jetzt, äh, das war, ich hab' komplett eine ganze Woche gebaut, ne. Und, äh, ja, ich hab' immer einen Tag für irgendwas genommen, ja, also für irgendeine Zeit genommen. Ja, wie das Ding glänzt, ne. Ja, wie das Ding glänzt, ne. Wie das Ding glänzt, weiß man,�, das Ding glänzt, es geht immer so lange wie jetzt, ich hab' immer da gegr Tripp wein, oder ¿ 정말? Und schönes Mädels, aus dem Ste actors' Vorher führe ich mich, vor ich erfriere. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich habe jetzt irgendwie, ich kann nicht wirklich spiellos, weil mir irgendwie gesagt, mein Finger ist geschnitten und würde ja immer ein bisschen mit herausruhen und so. Also, wenn es jemanden gibt, der auf sich stolz ist, dann bin ich da irgendwie heute, ausnahmsweise, kommen Sie mir halt vor, aber... Und verlieben kann man sich immer ziemlich schnell, ja, die schützten Frauen der Welt und... Aber, ähm... Die bleiben meist nicht so lange, ja. Hier. Die nehme ich mit in meine Urne, ne. Ein bisschen klein sehen und so. Ja, viel Spaß, ihr wollt ja so ein kleines Beispiel hören und, äh... Ja, wie gesagt, ich muss da erstmal ein bisschen noch üben und, äh... Aber der ägyptische Nagelack kommt doch voll cool, oder? Ja, und nichts mit Benzin sauber machen und so irgendwie. Ich habe schon so Ballaballa von dem, äh, Spiritus, der in dem Schellack drin ist. Also, wenn ich den Abend Schellack irgendwie ins Trinke, weil ich halt nicht schnappse und so was trinke, bin ich immer voll in die Duse. Aber diesmal ist nichts passiert, ich habe nichts kaputt gemacht. So. Ich wünsche euch allen viel Spaß und, äh, nächstes Stück, äh... Stairway, äh, to, äh... Äh... To Frühling. Okay. Macht's gut, ihr Süßen. Boah, ey. Zehn Stunden unterbrochen. Wir räumen은 như axis%. A ging bis auf. Okay. isteações. Reinhardt. B 정enśli ein bisschen, äh, Vielen Dank.